Lukas Fiss und der Ensemble Modern Akademie. Jetzt in Epoche F haben wir ein ganz besonderes Projekt. Ganz junge Musiker aus ganz Deutschland und auch weiter aus Europa üben zusammen ein ziemlich großes Programm neuer Musik hier in Wolfenbüttel. Ich bin Felicitas, ich bin 15 Jahre alt und spiele Geige und ich finde diesen Kurs hier sehr interessant, weil ich habe viel dazugelernt und rhythmisch vor allem viel und auch musikalisch und ich habe noch nicht so viele moderne Sachen gespielt, aber jetzt habe ich schon viel dazugelernt und es gefällt mir sehr gut. My name is Tomas Moital and I play percussion. I'm in Wolfenbüttel in der Orchestra Hall und heute ist der Tag des Konzerts, einer der Konzerts. Und ich denke, ein der größten Vorteile von hier zu sein ist, dass ich hier so viel Arbeit mit so einer großen Qualität von Musikern, von Kollegen, von dozens von Lehrer. Musik 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 Vielen Dank. Applaus